Matthias Musche hat die Wahl zum Tor des Monats Oktober mit mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Geehrt wurde der Magdeburger Youngster nun beim Heimspiel des SCM gegen die MT Melsungen. Und ihm kann wirklich jeder folgen. Wie? Schickt uns einfach euer Hammer-Tor per Facebook oder per Twitter mit dem Hashtag Tor des Monats. Untertitelung des ZDF, 2020